Heiliger Bim Bam, wer ist das? Dieser Typ war einfach nur heiß und da war noch etwas. Als ich mich ihm näherte, rannte er nicht weg, als hätte er Angst. Als Scarlett sah, wie ich verblüfft nach Luft schnappte, stieß sie mich mit dem Ellbogen an. Aufwachen, Chica, wir sind spät dran. Kicherte sie, als sie mich in die Klasse zerrte. Ich habe es gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erlebe, an dem Margit, die Unruhestifterin, wegen eines Jungen ganz kleinlaut wird. Sagte Scarlett neckisch zu mir. Ich errötete und mir verschlug es die Sprache und ich schaute mich unbeholfen um. Es ist eine Schande, dass du im Grunde ein wandelndes, sprechendes Abwehrmittel gegen Jungs bist. Joa, na klar. Ich senkte meinen Kopf, um nachzudenken. Und als ich aufblickte, schrieb Scarlett gerade eine SMS. Wahrscheinlich eine verzweifelte Nachricht an ihren Freund Keith. Ich stützte mein Kinn auf meine Hände und starrte aus dem Fenster, während ich von diesem süßen, geheimnisvollen Kerl träumte. Weißt du, wie spät es ist? Willst du, dass ich hier rausfliege, weil ich dich wieder gedeckt habe? Ähm, tut mir leid. Ich hatte was super Wichtiges mit Alfie zu tun. Wichtig, hm? Ich könnte also in Schwierigkeiten geraten, weil ich deinen Hintern decke. Weil du diesem Verlierer einen lahmen Streich spielen willst. Ne, wie oft muss ich dir noch sagen, dass wir ihm nur einmal einen Streich gespielt haben. Und der Trottel hat es absolut verdient. Was diesen Trottel angeht, er ist der Kapitän des Basketballteams. Und Alfie ist mein Freund. Okay, er sieht vielleicht ein bisschen einschüchternd aus, aber er ist ein netter Kerl. Aber dieser Idiot hat Alfie nicht nur mit seinem Basketball getroffen, sondern ihm auch noch Geld aus der Tasche gezogen, als er am Boden lag. Das wollten wir ihm nicht durchgehen lassen. Also schlichen wir uns in dieser Nacht raus und gossen fettiges Speiseöl über das ganze Feld. Wodurch das ganze Team immer wieder ausrutschte und fiel. Es war urkomisch. Leider erfuhr der Direktor von unserer Aktion, sodass Scarlet ihren Vater anrufen musste, um mir zu helfen. Okay, es war also nicht das erste Mal, dass Scarlet mich gerettet hat. Sie war nur sauer, weil sie auch Alfie den Hintern retten musste. Obwohl sie ihn hasst. Komm schon, es tut mir leid. Wirdet ihr bitte leise sein? Es ist Mitternacht und wir müssen schlafen. Halt die Klappe, Miley. Keiner hat dich gefragt. Gut, dann geh ins Bett und halt die Klappe, damit wir wirklich schlafen können. Pff, diese mädchenhaften Mädchen. Wach auf, Prinzessin. Der Unterricht ist vorbei. Ich stand groggy auf und folgte Scarlet wie ein Zombie in die Cafeteria. Aber dann hielt ich abrupt inne. Da stand wieder dieser gut aussehende Kerl an der Ecke des Ganges. Was in aller Welt ist hier los? Ich habe Keith gebeten, ein paar Nachforschungen anzustellen. Wollt ihr nun meine Hilfe oder nicht? Ich war immer noch wie erstarrt und konnte nichts sagen. Oh mein Gott, ich hatte mich noch nie so nervös gefühlt wie jetzt. Ich nickte und hielt ihren Arm fest. Wow, also alles, was nötig war, um die mächtige Margot zu einem ängstlichen Wrack werden zu lassen? War also ein Kerl? Och. Und nebenbei. Er heißt Jared und studiert klassische Musik. Sehr elegant. Also platzte ich heraus, klassische Musik? Ist doch scheiße. Ich meine, wie soll ein Mädchen wie ich jemals auf sein Niveau kommen? Keine Sorge, ich werde dir helfen. Dann änderte sie ihre Haltung. Unter einer Bedingung. Scarlett verlangte vor mir, dass ich nicht mehr mit Alfie rumhing, weil es nicht gut für das Mädchen-Image war, das ich brauchte, um Jareds Aufmerksamkeit zu bekommen. Außerdem durfte ich die Ausgangssperre des Wohnheims nicht überschreiten. Wenn ich gegen diese Bedingungen verstoßen würde, würde sie mir nicht mehr helfen. Gut, ich stimme zu. Tut mir leid, Alfie, du musst einfach ohne mich weitermachen. Keith freundete sich also mit Jared an und bat ihn, wieder zu unserer Schule zu kommen, um nach den Klavieren im Musikraum zu sehen. Dann würde es einen Notfall geben und er würde Jared mir überlassen. Der, wie sich herausstellt, Probleme mit dem Klavier hat. Genial. Wie ihr sehen könnt, läuft der Plan bisher gut. Nur dieses Kleid engt mich wirklich ein. Aber in Jareds Nähe zu sein, schien mich noch mehr einzuengen. Zum Glück war er ziemlich freundlich, sodass wir leicht ins Gespräch kamen. Und jetzt spielt er für mich. Hast du nach der Schule schon etwas vor? Nein, noch nicht. Ich wollte in dieses Musikcafé in der Stadt gehen. Möchtest du mich begleiten? Oh mein Gott, natürlich sagte ich ja. Zählte das als erstes Date? Wir hatten wirklich viel Spaß. Ich war im siebten Himmel. Auf unserem Rückweg erschrak ich, als ich Alfie auf der anderen Straßenseite sah. Als er mich mit Jared bemerkte, starrte er mich mit diesem verärgerten Blick an. Ich legte einen Finger auf die Lippen und deutete ihm an, nichts zu sagen, und schaute weg. Kurz darauf piepte nicht sehr überraschend mein Handy. Du hast mich abblitzen lassen, um mit diesem Weichhai rumzuhängen. Und was hast du überhaupt an? Oh ja, Alfie war bestimmt wütend. Aber ich konnte das jetzt nicht tun. Ich hatte Scarlett versprochen, nicht mehr mit ihm zu reden. Also ignorierte ich die Nachricht und ging direkt an ihm vorbei. Sobald ich wieder im Wohnheim ankam, kamen die Mädchen und fragten mich nach dem Date. Sie schienen sich so für mich zu freuen. Also, wann ist das nächste Date? Er hat mich gebeten, morgen zu seiner Schule zu kommen und dann gehen wir essen. Uhuhu! Kreischten die Mädchen wie aus einem Mund. Das überraschte mich, denn ich hätte nicht gedacht, dass sich diese mürrischen Mädchen so sehr für mich interessierten. Ich war so aufgeregt wegen der Verabredung, dass ich früh an Jared Schule ankam und ihn im Übungsraum mit einem anderen Mädchen vorfand. Ich betrat den Raum mit einem lächelnden Gesicht und Jared stellte mich ihr vor, Maeve. Dann sagte er mir, ich solle dort warten und ging auf die Toilette. Dieses Maeve-Mädchen kicherte, musterte mich von oben bis unten und sagte dann, Gib's auf! Ein unkultiviertes Mädchen wie du hat ihn gar nicht verdient. Hä? Was um alles in der Welt hatte ich ihr jemals angetan? Wütend warf ich ihre Notenblätter um. Sie hob sie auf und sagte ernst, Warte nur ab. Das lasse ich dir nicht durchgehen. Dann schob sie sich an mir vorbei und stürmte davon. Dann beim Abendessen konnte ich nicht anders. Ah, also diese Maeve. Ah, unsere Eltern stehen sich sehr nahe. Deshalb sind wir befreundet, seit wir klein waren. Und jetzt studieren wir beide Musik. Sie scheint ziemlich auf dich zu stehen. Hm, da bin ich mir nicht so sicher. Wir sind nur Freunde. Also, mag er diese Maeve nicht? Anscheinend nicht. Vergiss sie einfach. Ich habe eine sehr wichtige Verabredung mit Jared und ich brauche deine Hilfe. Genau in diesem Moment kam ein Anruf von Alfie. Aber Scarlett saß direkt neben mir, sodass ich nicht abnehmen konnte. Nach ein paar Anrufen schrieb er mir eine Nachricht. Diesmal musst du mir helfen. Ich schaffe es nicht allein. Oh Gott, hilf mir. Ich konnte es nicht übers Herz bringen, meinen Freund im Stich zu lassen. Also entschied ich mich, mich rauszuschleichen, um Alfie zu sehen. Okay, es ist nicht so, wie ihr denkt. Damals war ich nie zu spät gekommen, weil wir irgendetwas angestellt haben. Stattdessen haben wir dieses verlassene Haus für obdachlose Kinder in Ordnung gebracht. Diesmal hatte eines der Kinder, Kevin, hohes Fieber. Ich musste Alfie helfen, sich Geld zu leihen und Kevin ins Krankenhaus zu bringen. Ich versuchte super leise zu sein, als ich mich in den Schlafsaal schlich. Aber ich schwöre, dass Scarlett der leichteste Schläfer ist, den es gibt, denn natürlich wartete sie schon auf mich. Oh, hallo Margit. Schön, dass du dich zu uns gesellst. Ja, tut mir leid. Es war ein Notfall. Du kannst es einfach nicht lassen, oder? Du hast unsere Vereinbarung gebrochen, um mit deinem Schlägerfreund rumzuhängen. Ich werde dir nie wieder helfen. Das war ätzend. Es sah so aus, als wäre ich auf mich allein gestellt. Das ist es, mein großes Date mit Jared. Sein Vater ist hier Dirigent und soweit ich weiß, ist es eine große Sache. Ohne Scarlett, die mir hilft, das richtige Kleid für diese Veranstaltung zu finden, war es ein Albtraum. Oh Mann, alle sahen so luxuriös und elegant aus. Ich fühlte mich vollkommen fehl am Platz und es war offensichtlich nicht die Welt, in die ich gehörte. Aber Jareds sanftes Lächeln beruhigte mich ungemein. Aber schon bald kam Maeve auf uns zu. Oh. Jared, Schatz, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, dieses Konzert wird fantastisch. Oh, du schon wieder. Schönes Kleid. Sie ging mir langsam wirklich auf die Nerven. Aber ich musste ruhig bleiben. Jetzt atmen, atmen. Dann sprachen die beiden über Mozart, Beethoven. Ich verstand absolut gar nichts. Genauso wenig wie das ganze Konzert. Danach führte mich Jared zu seinen Eltern. Oh mein Gott, war das gruselig. Ich überreichte ihnen den Blumenstrauß, den ich mitgebracht hatte, und gratulierte ihnen zu dem Konzert. Zum Glück schienen sie beide sehr freundlich und waren mit meinem Geschenk sehr zufrieden. Aber dann erschien Maeve und umarmte Jareds Mutter. Jared, es ist schön, mit so höflichen Mädchen zusammen zu sein. Schmunzelnd antwortete Maeve. Da wäre ich mir nicht so sicher. Margaret versteckt gerne ihre wahre Persönlichkeit. Okay, möglicherweise hatte ich es nicht geschafft, meine Ruhe zu bewahren und hatte ein paar böse Worte gesagt. Ups. Jared und seine Eltern sahen schockiert aus. Aber bevor ich versuchen konnte, die Situation zu bereinigen, zückte Maeve ihr Handy und wedelte mit einem Foto von mir und Alfie herum. Ich wollte es gerade erklären, aber ich stotterte nur eine Menge Unsinn heraus. Schließlich nahm ich Jared beiseite und sagte mir, Ich glaube, es ist das Beste, wenn du einfach gehst. Ich lief den Tränen nahe nach draußen. Was noch viel schlimmer war, war, dass ich in diesem blöden Kleid nicht richtig rennen konnte. Ich hatte Jared verloren und die Sperrstunde war schon vorüber. Und wenn ich jetzt zurückging, würde Scarlett wütend auf mich werden. Also beschloss ich, dass ich nicht zurückgehen würde. Nein, stattdessen würde ich weglaufen. Ich wohne hier nun schon seit ein paar Tagen. Hier fühle ich mich sicher und Alfie hat mir ein paar Kleider und Essen gekauft. Ups. Warum ist sie denn hier? Ich war gerade wirklich nicht in der Stimmung für eine Belehrung. Aber zu meiner Überraschung stürzte sie sich auf mich und schlang die Arme um mich. Wie konntest du einfach so abhauen? Hast du eine Ahnung, wie viele Sorgen ich mir gemacht habe? Jedenfalls hat Alfie mir alles erzählt. Es tut mir leid, dass ich dich falsch eingeschätzt habe. Sie ließ mich los. Allerdings stinkst du ziemlich. Es gibt noch eine Person, die dich sehen will, Margit. Ich schaute erst ihn verwirrt an und dann zur Tür. Es war Jared. Margit, als ich das Foto sah, war ich schockiert. Ich dachte, ich wäre nur ein Witz für dich und du wärst wirklich mit Alfie zusammen. Aber dann konnte ich nicht aufhören, an dich zu denken. Jetzt, wo ich mit Scarlett und Alfie gesprochen habe, weiß ich es besser. Ich mag dich, Margit. Dein wahres Ich. Und ich will nicht, dass du denkst, du müsstest dich für mich ändern. Denkst du, du kannst diesem Idioten noch eine Chance geben? Ich zögerte und tat so, als müsste ich darüber nachdenken. Dann rief ich grinsend, ja, und stürzte mich in seine Arme. Und? Was jetzt? Nun, ich bin zurück im Wohnheim und ja, ich schleiche mich immer noch raus. Und ja, Scarlett deckt mich immer noch. Jared und ich sind jetzt offiziell ein Paar und er hilft mir sogar bei einem Benefizkonzert, um den obdachlosen Kindern zu helfen. Also, ich denke, dass dieses hartnäckige Mädchen eigentlich gar nicht so hartnäckig ist. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020